Okay, let's go. Ah, ist der Teil weggelegt? Nicht vorlesen, was er sagt. Uff, jetzt muss ich mir was ausdenken. Ähm... Nein! Ah, ich hab auch so Sinn auf... Ach, das mach ich nicht mehr gerne. Immer auf Bearbeiten und... äh, wenn ich fertig bin, immer Bearbeiten und Fertig Spam. Was? Ähm... Okay... So... Ich mach immer nur Strichmännchen. Ich mach immer so richtig komische Shapes. Das wird nicht gut. Ähm... Ich hab so ne richtig... Da hat man mich echt in die Präsentation gebracht. So... Boah, ich wünschte, ich hätte meinen... Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie einen Tablet-Modus bei mir einrichten kann. Ja, ich kann wenigstens mit dem Touch-Pen malen, aber das macht's eigentlich nicht sehr viel besser. Ja, also... Ja, also... Ich hab halt, wie gesagt, mein Telefon. Äh, dadurch Schifteingabe. Das Problem ist, das Smartphone ist dann halt so... Heißt doch Garthic Phone. Du musst dann mit dem... Phon spielen. Das ist ja... Ja, aber da ist halt der Bildschirm so... Ja, das ist halt so... Ja... So... Ne, okay, das lass ich. Ich glaub, das sieht man. Oh, oh, ich glaub, ich hab was Falsches angetippt. Hm... Das ist jetzt Strichmännchen-Kunst. Ah, oh, ich hab wirklich was Falsches angetippt, aber es war nicht schlimm. Oh, oh. Ja, das hat denn jetzt ein T-Shirt hier. Ja, wenn das ja oh-oh sagt, dann denk ich mir so... O-oh. 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 Ja, vor allem für die Person, die es erraten muss, ist es dann... Oh-oh. Ja, das macht's nicht besser. Ich will jetzt hier noch was machen. So... Ah-ah. Voila. Ach komm, lass uns so. Besser wird's nicht. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, ich glaube nicht, dass man sich das nicht erkennt, aber... Sekunde, ich versuche noch mal was. Wenn ich noch die Zeit dafür habe. Das sieht schön aus, glaube ich. Moment noch. Verdammt. Und so. Das sieht schon mal schöner aus. Die Szene beschreiben. Jo, was? Aha. Ah, nee. Oh. Äh. Ja. Huh. Huh. So. Aha. Okay. Interessant. Ah. Entschuldigt die Minecraft-Geräusche. Silber spielt Minecraft-offen. Äh. Ja. Ach ne, das passt grad ganz gut. Oh nein, da weiß ich. Ja, man hört's eh nicht so laut. Ja, aber wenn's stört, dann bitte Bescheid. Sagen ich mich nicht, dass seine... Turm-Qualität da so unterladet. Ach so, ja. Ne, ne, ne. Man hört das echt nicht so arg. Ähm. Man, das tut mir so leid. Das sah mega kacke aus grad. Ähm. Ach, schlimmer als meine Zeichnung kann's gar nicht werden. Ja, doch. Das ist grad... Ich glaub, das toppt all meine Zeichnung. Ich kann nicht zeichnen, vor allem nicht mit der Maus. Vor allem nicht mit der Maus. Die einzige Dinge, die ich wirklich nur finde, wenn man halt so, so insensitive Stuff macht. Das find ich immer so. Hatte bei, äh, bei einem Server halt mal privat oder mit der Spiel. Das war halt nicht auch irgendwie irgendwie on-stream oder so. Und da hat man richtig insensitive Stuff einfach gemacht. Das fand ich gar nicht lustig. Ja, das kommt halt auch immer drauf an. Also, so on-stream wäre natürlich mega. Äh. Äh, aber wenn's privat ist, ist das relativ okay. Ich hab auch schon mitgekriegt, dass bei, auf anderen, äh, Servern, wenn man halt auch, äh, auch falsch aufgenommen werden oder so. Ja, also untereinander, wenn man sich wirklich kennt, kann man auch mal... Also ich mein, ich bin halt, äh, wirre... Ich find's immer lustig, wenn man irgendwo, wenn irgendwo mein Name drin vorkommt und dann man irgendwas zu mir zeichnen muss. Und das passiert nicht nur durch mich sehr häufig. Ähm. Und... Ich hab's gekonzentriert, ich muss hier noch malen. Aber ich hab halt so erlebt, so hinten hat man teilweise immer ein und denselben Spiele immer irgendwas dazu zeichnen müssen. Das war dann irgendwann doch ein bisschen komisch. Ja. Ja, ich find's auch lustig, wenn nicht drin vorkommen, muss ich sagen. Uff. Anzeigemodus, äh, automatisch vorlesen, an. Nicht vorlesen, nein, das ist blöd. Och, natürlich, natürlich. Wittstand in dem Sessel wohnt. Ne, ist unangenehm. Oh, das, das, ich konnte es so schlecht darstellen. Ich hab's nicht gemalt. Sesselst du Minecraft oder eine Behänderung? Aber das hab ich gekriegt. Ich hab mir Sessel gemalt. Nee, das ist okay. Ich hab da schön einen Sessel gemalt. Ja, nein, da brauchen wir Sessel immer manchmal ein bisschen. Immer wenn's darum geht, Sessel zu zeichnen, ich werde manchmal einfach ein Sessel gezeichnet. Sesselst du dann da bist. Oh, voll gut. Ich hab's sogar noch erkannt. Ich war so. Ja, ja. Erst hab ich geschriegt. Und noch ein Sessel dazu gemalt. Und schreit A. Oh, gut, da ist A ist dann. Erst A ist dann. Das Schreien war und ist dann dazugekommen. Okay. Ich würde es freuen mit dem Pigpen hier. Äh. Und Sessel, ne? Gartik von in Among Us. Das hat mich so verwirrt. Ja, gut. Ist geblieben. Imposter spielt Gartik von. Ja, Gartik von. Gartik von. Aber beides ist noch drin, also. Ja. Ist auch nicht so schwer bei vier Leuten, das ist ja. Ja. Wenn du dann 14 Leute hast im Spiel oder so, dann ist das schon, verliert sich das öfters. Und Seppi telefoniert mit dem Gartik von. Das ist mir immer so peinlich, wenn ich, äh. Seppi. Wenn ich mein, äh, mein Seppi nicht richtig zeichne. Seppi wird angerufen. Oha. Aber ja, ich, Seppi, es tut mir immer so leid, weil ich, eigentlich bist du voll, oder dein Spielbild ist ja voll gut so zum Abzeichnen da. Ja. Und ich krieg's trotzdem nie hin. Ja, das Problem ist, ich verbox halt selber immer. Weil, ähm, also ich meine, ich hab mein Seppi damals quasi selber gemacht. Aber, ich schätze trotzdem nicht so gut mit der Maus. Ja, aber das Telefon ist geblieben. Das ist, das ist nicht, das ist nicht abangekommen. Ja, ich weiß. Geht um Milch. Ja. Alles, was er möchte, behalte ich immer. Je. Nein. Jetzt müssen wir über das ausdenken. Äh, Tim. Ah, ich bin so kreativ gerade. Sehr schön. Hihihi, ich hab das Lustige gesch Daddy. Hihihi. Ich trinke mal einen Schluck. was was zu denken was zum bitte keine wörter hier diese wortwahl hier aber die kenne ich die kenne ich das hat ist doch eine person aus dem aus dem kennt es jetzt sagen wahrscheinlich nicht ich glaube ich habe was falsch geschrieben gehabt bei meinem aber egal vielleicht auch richtig falsch im kopf es war eine geschichte aus einem berühmten deutschen buch das was in der schule pflichtlektüre ist pflichtlektüre fand ich mal so ich war halt voll das nebelungen die tue nicht richtig dran ändere ich war früher voller lesefuchs aber ich bin immer noch ein lesefuchs er lesen tue ich trotzdem viel ich muss hier gar nicht aus das blumen nicht zeichnen ich habe ja früher gerne gelesen habe die sachen die wir lesen mussten haben so ok also faust fand ich fand ich ganz gut aber manche sachen ja sowas haben wir gelesen haben löscher also hier das mit stanley jenitz gelesen ich muss ja mal die erste mal wie soll ich das denn malen das ist das versteht doch keiner wieder das ist doch hier ja manchmal wird man in position gedrückt das ging die ganze zeit nach einem bibelschrei also ich hatte mal so den geschichtvorschlag so von wegen koreanischer flugbegleiter lacht da habe ich auch arabischer flugbegleiter lacht gemacht so und jetzt ist das so in was für eine position stellt man jemanden der einen arabischen flugbegleiter also weil man kann da halt sehr schnell was böses schreien machen ach verdammt ist nicht fertig geworden ach das ist doch das ist echt lustiger das ist ein echt lustiger begriff den ich hier habe also ein echt lustiges bild ich glaube ich bin sehr lustiger begriff oh man das das hatten wir schon mal das kann ich malen was war es war okay ich habe eine idee so hier und das wird das wird gut vielleicht aber nur vielleicht vielleicht so ich mache den jetzt noch mehr so gut ich habe nicht mehr viel zeit gut dass ich das mal nein und gut dass es niemand mehr erwarten muss wie soll ich das denn machen nein das wird tun nicht ich habe nicht mal die hilfe durch ist ok den ersten teil habe ich das erkennt man nicht ja ok muss reichen so ja ich bin mal gespannt auf die auflösung also jetzt glaube ich gar nicht selbst die muss starten das war einmal ein halber baum der hat eine birne im auge ach das habe ich am ende glaube ich auch gezeichnet ich dachte das sind tränen tauriger baum angebissen ja genau das habe ich habe ich versucht einen traurigen baum zu malen der weint ein trauriger baum ist das eine trauerweide mhm das heißt der schwimmt im geldtank tut ja das ist angekommen ja 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 echt abgehoben abgehoben diese sisse hype train so abgehoben diese so abgehoben es ist echt ja 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 danke danke ich habe das ist brunnhilde 3 2 1 ja brunnhilde das war doch diese diese dicke dicke nein brunnhilde ist ein kaltes das war doch die aus dem niederlungenbild es ist ah ist weiter gekommen bei die bilder ne ich mein was ganz anderes immerhin also guck dir mal bei clips den brunnhilde clip an achso brunnhilde Das Einzige, was mit Brunnen-Hindefahrer gleich ist, ist das aus dem Nebdomen. Sessel sitzt auf einem Sessel. Ich hab so gehofft, dass Suki das kriegt, aber das hat dann nicht gepasst. Sessel auf Sessel. Schön. Das hatten wir schon mal, tatsächlich. Schön. Auf ein großer Schuh sein. Ja, das ist... Oder ein Schuhförmiger Sessel. Okay, dann... Das geht so schnell mit den... Wenn man zu viel ist... Okay, verdammt, ich muss mir wieder... Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass mir was ausdenken muss. Ich will noch den Tipp wieder korrigieren. Ich probiere mal so Sachen zu nehmen, die schief gehen können. Was? Ja, ich auch. Wie ich da... Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Was hier zeichnen soll. Okay. Ich weiß genau, was ich machen mag, aber ich kann's nicht. Kann ich test, ich will nicht. Nein. Penta, komm, bezeichnen kann ich. Naja, es ist eigentlich schon R, die Farbe. Kritisch. Sehr, sehr kritisch. Hm. So. So, dann machen wir hier noch so. Ja, so. Das ist so mies zu malen, weil... Ich weiß nicht, wie ich das malen soll. So, wie ihr kennt das nicht. Dann wirst du sauer, ne? Hm. So, und jetzt noch. Was, ähm, lustige Twitch-Stunden-Echens oder so angeht. Ich hab in einem Stream, wo ich halt, äh, meinen letzten Minecraft-Steam, da hab ich bis in die Nacht rein. Und dann hab ich so gesagt, okay, für jeden Dollar hau ich mein Pferd einmal. Und dann kriegst du 5 Dollar, 3 Dollar, 1 Dollar. Nice. Das arme Pferd. Hast du das auch irgendwie... Jay Cranor. Ich hab, ich, ich hab's halt immer wieder... Ähm, immer wieder liegen die Gegend, also... So, passt. Kann man auch erkennen, oder? Ja. Unter Umständen ist alles drauf, was drauf sein muss. Ich mein, das ist, ähm... Ja. Ich hab's jetzt aufgeteilt, das eine und dann... Das andere. Weil ich nicht wusste, was das ist. Deswegen... Ich knack dich jetzt hier schon wieder mit der Flasche rum. Ja. Der Säufer. Ja, bei mir hört sich das auch mal an wie so eine Alkoholikerhöhle. Ich hab hier mal Malzbierflaschen. Ich lass jetzt die Flasche offen, damit sie nicht immer auftreten muss. So. Ah, schon wieder Among Us. Jo, ich bin fast nicht... Eigentlich bin ich gar nicht fertig geworden, aber... Äh, oh Gott. So. Das könnte sehr einfach sein. Uff. Ähm... Ich kann das nicht malen. Sieht das nach Amonis aus. Das ist aber nicht. Ananas. Jetzt ist es ein Hase. Na komm, mit der Farbgebung... Versteht man das doch? So. So. Da komm, das bringt man... Die Leute werden schon verstehen. Die werden das verstehen. Zum Beispiel mach ich das jetzt. Hä, was? Wie seid ihr so schnell? Äh... Oh Gott. Äh... Äh... Nein! Erkennt man ja gar nicht! Bei mir erkennt man das zweite Teil nicht. Ja, gerne, gerne, gerne. Ich weiß auch nicht wirklich was das ist. Warte ich lange, ich biete dich dann gleich hoch. Ähm... Wenn nur der dazukommt, sind wir zu fünft. Dann will ich doch noch eine Runde. Ja, was weiß ich. Aber das will ich dann... Tut schon. Ich hol dir nämlich... Ich war eigentlich nicht ganz... Oh... Oh Gott, ich schwitze grad voll. Es wär so ein gutes Bild geworden. Aber es muss ja eh niemand mehr erraten. Ja, die Mitternachtsformel. Oh. Hey, dann. Ah, doch nicht. Ja, ich hab's... Der Mitternacht... Es ist Mond, die Sterne, es ist auf der Uhr... Mitternacht, Mitternacht und wir haben jetzt Mathe lernen. Die Formel halt. Die Matheformel. Das ist halt, ja... Mitternacht. Aber ja, ich hab erst noch was anderes hingeschrieben. Und dann war es so Uhr um Nacht... Äh, nachts... Und ja, es ist ganz... Ja, aber Nacht ist das gerieben und schon... So zog dir. Achso, das tut ich muss ja weiter finden, Papa. Das ist natürlich Flask in der Mund aus. Oh, das ist, glaub ich, ein bisschen anders geworden. Das wär anders draus geworden. Mal Flask. Ja, Flask, ähm... Ich hab immer sehr viel dran. Ich hab jedes Mal eine andere Haut gehabt. Aber ich glaub, Pink hat er noch nie gehabt. Stimmt, Flask hat unabhängig. Es ist immer noch Among Us. Es ist immer noch Among Us. Also... Was hat mit mir zu tun? Er ist nicht schwer bei vier Leuten. Das ist... Ich sag's immer wieder. Spaß macht das dann, wenn wir uns dann 14, 15 Leute sind. Pikachu, wenn sich Banane-Eis mit Spreuzern... Ich wusste nicht, wie ich das dachte. Wahnsinn. Ich wusste halt nicht, was eine Tortier ist und hab halt irgendwie was... Ich hab's versucht. Das ist eines der Besten jetzt gewählt. Aber Pikachu hat man da keinen Donut, Pikachu hat man... Ist schlecht gemalt, aber... Hab ich gespeichert. Ja, Zweck ist unkreativ. Oh, da ist was anderes drin. Das ist echt... Ich hab... Oha. Ich hab... Ich hab... Weißt du, was ich gelesen hab? Ich hab unattraktiv gelesen. Einmal. Ich hab unattraktiv gelesen. Einmal. Auf einmal wird mir wieder das Herz gebrochen. Na toll. Und eine schöne Wurst. Was unkreativ wird mir dann auf einmal das Herz gebrochen. Na toll. Ich hab mich einfach voll verlesen. So, 15. Na ja. Ja. Hey, 5 Leute. Banu. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei. Auch sehr lustig. Hier quasi schon, immer so 10 Sekunden vorher zu sehen, was kommt im Stream und ist auch... Ich bin immer nicht drauf gefasst mehr und was ausdenken ist. ich kenne das spiel doch mittlerweile das ist doch was mache ich dann das ist eben die falsche schien das ist wie man das malen soll ich habe noch was dazu geschrieben damit klar ist was soll es viel spaß damit wie zum teufel soll ich das mal das funktioniert doch gar nicht das mensch bei den kombi so schaut die bayerischen gebaut jetzt habe ich schon fast verraten was hier malen ich kann noch was lustiges machen einfach falls geht wahrscheinlich werde ich das dadurch jetzt wieder komplizierter machen sehr schön für die seine karte aus der lege movie aus dem zweiten teil war der glaube ich da gab es doch so ein charakter der hier auch so ein gesicht drauf hatte ich habe auch so eine sehr starke vermutung von wem ich das bekommen habe das gesicht kriegt nicht mit drauf gemalt warte doch das kriegen hin das gesicht wie sind zwei leute jetzt schon fertig ich habe einen komplexen begriff aber den kannst du sehr easy machen und ich habe so schnell fertig das sieht schön aus 3 von 5 oh oh die zeit ich mag das bild also ich war so schnell fertig damit dass ich halt mir dachte okay ich mache jetzt was lustiges dazu aber wahrscheinlich habe ich das dadurch kommt wieder komplexer gemacht ich weiß echt nicht ob man das erkennt ich habe auch ehrlich gesagt einen richtig schweren begriff genommen bei mir steht so eine halbe geschichte ach du schande was ich ja ich und ich zeit läuft ja ich bin mein schreiben so gar nicht ist so so ich habe so geschrieben und habe gemerkt dass ich nicht in den textfeld waren dann sollte das der hex auch wechseln wenn man die farbe wechselt und dann ist auf einmal alles eine andere farbe das will man jetzt nicht um das muss jetzt ja noch wieder erkennen ich weiß nicht so vielleicht ich weiß nicht wie das richtig machbar ist mich stört es so hardcore dass dieses kartik von der hintergrund da immer ist und wenn man darüber radiert dann ist es so ein stück weg weil ich mal ja nicht drüber ich rede da machst du dann mach doch eine grundierung drüber ich glaube da geht das geht wenn man von der farbe drüber wachst dann ist das gar nicht von weg am besten einfach ein beteil anfang ein großes weißes vier eck drüber machen dann ja wir machen so vielleicht ganz farbig verdammt ich habe ein teil vergessen so jetzt vollständig habe ich was gehen das muss nach mir können wir malen doch einer muss eine runde kommt ja noch einmal muss das noch das muss noch erraten werden gemalt werden nicht aber jetzt wird noch geschrieben und dann es wird noch mal schon gut man sollte auch richtig lesen ich habe für mich habe noch nicht fertig gemacht beeint sich gleich wird die zeit knapp ist noch ein auf ok geht jetzt jetzt kommt die zeit jetzt wird es knapp ich glaube nicht dass man es erwarten kann das ist nicht richtig gemalt aber was soll ich sonst machen was soll ich sonst machen ich kenne das ich kenne das doch nicht wie soll ich das denn korrekt auf sich denn das ist wie es ist ich bin noch kein wissenschaftler nicht ich bin noch kein wissenschaftler wissenschaftler muss dann dazu malen können ach so ich muss dann noch mal eins von wem ist einfach null präzise so wenn ich ein ahnung was das sein soll tja du hast wahrscheinlich meist bekommen und vorbei und was kann ich bin nicht so wirklich fertig geworden als hätte gehört ja sicher zu einem richtig tun der grotten da gibt verlegen was wie wann wo warum ja ja da ja ich habe außerdem das falsche text oh ok aber die korte des hass ist geblieben die korte ist der boston hamann das mit unger unbedingt grün haben es hat leider ein anderes textfeld ich hatte nämlich zwänge mal reis das ist gut ist das denn wahr ja das habe ich gemalt ich glaube dass das das eis ding ist aus dem vergelegte rosen eiskopf ab das war noch ein eis das hat man noch gesehen waffel eis das hat man noch das hat man noch gesehen irgendwas trinkt hier pupst er hat explodiert ups hier was zum henker das habe ich das habe ich das war ein hund hund furzt und zerspringt ja ich habe erst der hund hinschreiben wollen tatsächlich ich bin mit der pausse unpräzise ich kann doch kein hund löst explosion aus im bald wuff 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 sehr gut und jetzt kommt meins ich bin gespannt was was ist sehr schön ich habe ewig gebraucht bis aus meinem U-Mann Geburt gerade so wieso zerstört du die CDU ja lol ey speichern ok ich muss das noch geben speichern das ist so easy da fehlt ein E ah jetzt diesmal ja ok das ist nicht angekommen ja ich weiß so warum da fehlt ein EL ja ich hatte keine Zeit mehr was ausdenken irgendwas ausdenken dir was ausdenken dir was ausdenken dir was ausdenken dir was aus ich bin ich bin dann auch aufhören ich habe mir gerade was ausgedacht aber wir spielen das auch nochmal und diesmal dann halt angekündigt weil das ist ja diesmal ja genau deswegen dankeschön fürs Mitspiel ja denke hat Spaß gemacht tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020